Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem random SPB um das 92 Plus Stürmer Icon Pack. Man kann krasse, krasse Karten ziehen, zum Beispiel einen erneuernden Pelé Rollet und so weiter und so fort. Und wenn ich heute einen von denen ziehe, verlose ich meine Playstation an euch. Leute, Heizen, was geht? Ein Gumo, der zieht auch noch einen Pack. Ja Leute, was geht ab? Heizen heute mit am Start. Ich habe auch ein 92 Plus Pack am Start. Mal schauen, wen wir heute ziehen. Ja Leute, also ich habe eigentlich ein echt gutes Gefühl. Man kann nicht so ganz schnell gebrochen werden. Aber es gibt, glaube ich, mehr Ws als Els. Ich habe es euch da im Intro schon irgendwo, denke ich mal, eingeblendet. Aber an der Stelle, Leute, bevor wir das Pack öffnen, könnt ihr noch mal einen Daumen nach oben da lassen. 1000 Likes sind ganz easy drin. Dann natürlich noch ein kostenfreies Abo, Leute, weil wir sind auf dem Weg zu 114.000. Leute, wir sind ganz kurz davor. Ihr seid die allergeilsten. Man checkt den Niklas nun ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Zweiter, dritter für das neue EFC. In Eva schon, könnt ihr euch da gönnen. Dann würde ich sagen, Niklas, gebt mir den spanischen Kauton. Spanisch. 3, 2, 1. Das ist doch nicht spanisch. Bist du geisteskrank? Ja, Bruder, ich kann aber kein Spanisch. Komm, lass auf, Mann. Komm. 3, 2, 1, komm. Komm, lass, ziehen das Ding her. Komm, bitte, 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 bitte. Irgendwas geiles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heisen. Heisen. Hast du das gezogen? Heisen. Obwohl, das ist wirklich gut. Also, ich wollte dich eigentlich träumen, dass ich einen neuen gezogen habe, sage ich dir ehrlich. Aber der ist wirklich gut. Wen hast du denn? George Best for Birthday. Richtig krass. Vielen Dank, ja. Boy, krass, 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 krass. Ich bin mit einem Rain Rooney für Birthday. Der ist sogar okay. Äh, beide weh. Beide weh. Ich schwirr beide weh. Alter, schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr so im Pack hattet. Und dann würde ich sagen, warum wir uns teamen es drum. Und let's go. So, Mihente. Ich würde sagen, wir kommen bei dir zu den beiden restlichen Offensiven. Ich halte mal ein. Im Mittleren oder im Sturm habe ich Peter Cech am Start. Und auf dem rechten Flügel habe ich Sherdan Shaqiri am Start. Ach, okay. Cool. Ja, nice. Auf jeden Fall an der Stelle. Kannst du mal spielen. Ich bin mit Kolo Moanyi und Lionel Messi gegangen. Nö, Lionel Messi heftig, aber nicht mehr so viele Coins. Ich trau mich halt rein. Ja, schade. Okay, du hast Stürmer und ZM, ne? Ja, du kannst alles machen, was du willst. Also, du kannst alles machen, was du willst. Genau. Ja, ja, ja. Und das mache ich jetzt auch mal, würde ich sagen, auf ganz spannend. Weil ich gehe jetzt mal vorne mit einer Karte, mit einer Footies-Karte. Und zwar Marco Reus. 97er. Ja, der spielt sogar im Sturm diesmal. Und ich glaube, auf der ZM-Position wird es jemand. Ja, der haut immer gerade Loredana weg, ne? Hier. Kennst du? Marco Reus. Alle, Emil, hier. Hier du es in der Hölle, gell. Na ja, Gottlos, hängig. Gottlos. So, Freunde. Zweite Runde. Halt mal rein, Max. Ich füge als erstes ein. Ja, mach mal. Bones sitzt auch drin. Linkes Mittelfeld. Linkes ZM, sorry. Ist am Start bei mir Renato Sanchez erspielbar. Im mittleren ZM habe ich deshalb seinen Perfect Link. Das ist Vitinha. Beispielen ja portugiesische Nazi und PSG. Und rechts im Mittelfeld habe ich noch ein Spanier. Und es spielt auch bei PSG. Fabian. Keine Ahnung, man. Jetzt hast du auch wieder den nächsten Verein. Also, ich kann nichts erraten, Digga. Das ist ja gar nicht krank. Irgendwer wirklich. Ja, super. Ehrlich. KDB, Goretzka und K. Also, einfach aus jeder Liga so, weißt du. Mal dahin geschnuppert, dann dahin geschnuppert. Aber ja, war ein Satz mit wenigstens. Schade. Kaum nicht halt rein. Aber es ist schwer jetzt, weil Abfaust wird auch schwer für dich, sage ich dir. Ja, okay. War das vielleicht schon ein kleiner Spoiler? Ich weiß nicht. Pass auf. Es wird im ZDM. Einmal Chormeni, genau. Dann daneben wird es dazu der Perfect Link. Und zwar Kamavinga, genau. Und dann im ZOM hatte ich eine Karte. Ich glaube, den habe ich nicht mehr im Verein, oder? Doch, da ist er doch. Leute, er war nie weg. Gelsen, Fernandes, 94er. Musiala, Kimmich, Goretzka. Kannst alle da spielen. Oh, ist schon wieder Weihnachten? Gefühlt ja in Hamburg, so wie es regnet hier. Freunde, der Sonne, wir kommen zu den Afos. Das heißt, zwei Läufer rechts und links. Ich glaube, ich bin absolut in der Falle getappt. Sage ich dir ehrlich, bitte. Äh, Falle? Erlösen Sie mich, ja. Das ist ja immer wieder richtig schwer für dich. Linksverzeiger habe ich Nathan Ake am Start. Und rechtsverzeiger hatte ich auch endlich gebaut. Niederlande, Dom Vries. Leute, ich habe wirklich nicht den Hauch einer Chance gehabt. Das ist geistkrank. Klaus und Theo, super. Ja, in der richtigen Liga war es süd, das war ein Schick. Ey, aber das ist echt ein Schick. Komm, ich habe mal bei dir rein. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Karte. Ja, linksverteidiger, ne? Was? Oder? Ja. Und zwar, das ist nämlich Cap de Vier, diese Food Fantasy Hero Karte. Und ich habe keinen Positionsmodifikator mehr. Geil, Mann. Und rechtsverteidiger wird, ja, den könntest du haben bei Bundesliga Franzosen. Es wird Cidilla von Freiburg. Nein. Habe ich nicht ganz bei gespielt. Wer hast du aufgeschrieben? Saint-Just und Guerreiro. So, meine Finale. Ich habe meine drei Jungs zu dich. Ich gebe nicht auf. Jetzt klappt es, Leute. Jetzt könnt ihr euch anschneiden hier. Jetzt wird es ehrenlos. Also, pass auf. Innenverteidiger, numero uno. Es wird ein Vaud Vechos. Also wirklich, Leute. Ich habe so Bock auf diese Karte. Jetzt denkt ihr euch so, warum spielst du? Den komme ich gar nicht dazu. Diego, ähm, nee, Diogo Kostasorum. Der Totz ist hinten im Tor. Und der andere IV. Damit das alles ein Gesamtwerk ergibt, den ich sehr gerne spiele. Saint-Just. Footies. Und das sieht so geil aus, das Team. Ich sage es ehrlich. Bronze Keeper in die Innenverteidigung. Saint-Just, Piquet und Ter Stege. Das war klar, 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 Leute, das ist schon wieder so unlucky, das ist schon wieder so unlucky, aber jetzt bin ich mit einem ganz befliegenden Holländer angegangen, komm, ich habe 20 Holländer aufgeschrieben, machst du rein. Hast du echt Holländer aufgeschrieben? Ja, ja, ich habe nur Holländer aufgeschrieben. Laporte. Oh nein, hör auf, mach jetzt nicht so. Hero Cup de Cordoba. Ich werde gerade aggressiv. Runden Tor, Kai Walker. Halt es mal. Es ist ein gutes Team. Wirklich? 31. Hast du den wirklich zuerst gestellt? Ja. Ich habe Walker weggewischt und habe Du-Day-King geschrieben, das ist kein Joke, Leute, das ist jetzt wirklich nicht irgendwie, dass mir das Schönreden oder so ist, das ist wirklich so gewesen. Oh mein Gott. Dann noch sagen Tschüss und Delift. Oh, freut ihn. Heute ist ein schöner Tag. Ich sage nichts, Leute, wir laden uns ein. So, Niklas, zeig mal das Ding Laporte, okay, okay, joa, auf geht's, auf geht's. So, jetzt hier, ohne groß rumzufackeln, ohne groß rumzufackeln, rein, na, komm, skippen, skippen. Wir nehmen einen E-Spot, ich glaube, ich habe nichts zu trinken, aber perfekt. Digga, was soll ich denn da machen? Also wirklich, ich brauche den anderen, brauche ich gar nicht anwiesen, weißt du, da kann ich es lassen. Der braucht den Keeper. Ja, jetzt kann ich es loslassen. Jetzt kann ich, guck mal, jetzt lege ich den Kotor schon weg. Jetzt lege ich ihn schon weg, jetzt lege ich ihn schon weg, aber ein Keeper ist der Beste, Mann. Das ist der Beste, Mann. Nein! 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 Ich kann das nicht, ne. Ich kann das nicht, ich krieg so viel, weil ihr Mann. Wow. Keine Chance. Keine Chance, Leute. Also wenn du ein Bord mit Petra scheiß ich ihn grinden, da ist wirklich nichts Geileres am Sonntagabend, ne? Digga, ich kann gar nichts machen, ne? Ich meine, das ist krass. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, was zum Teufel? Digga, also wenn ich da hingepasst habe. Weißt du, wo ich hingedrückt habe? Es tut ja weh, es tut ja weh. Es tut so sehr weh und deswegen kassiere ich jetzt. Pass auf. Ja, es war klar. Es ist geil. Also Leute, es... Ich muss mich gerade beruhigen, ne? Nein! Oh mein Gott, bitte. Digga, wo stehst du denn mit dem Torhüter? Mein P.U., oder was? Oh oui, oh wa. Ah, gemacht. Guck mal hier. Guck mal hier. Wirklich, ich mach es wirklich jetzt. Es geht gar nicht. Ich hab den Fleck noch schon gehört, Digga, durchs Headset. Nein, nein, nein. Nix, nix, nix. Niemand tut was. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich, jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch, Freunde. Jetzt bin ich am Arsch, Freunde. Hab ich D. Krass, krass. Da höre ich auch keinen Ton mehr in Haramburg, ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, mein Controller ist kaputt, ne? Ich meine, das ist jetzt wirklich ernst. Ich glaube, der ist wirklich... Der ist safe kaputt, Leute. Ich mach andere Sachen hier. Zu 100 Prozent, der ist safe kaputt. Zeh noch. Oh mein Gott, lass doch laufen. GGs. 3 zu 6, Leute. Da sind nur drei Discards. Das ist doch toll, Mann. Das ist doch... So, Niki. Yes. Hau mal raus. Okay, Bro. Drei Dinger. Ich mach's schnell. Kurz und Schmerz. Ich nehme meinen Keeper und die beiden in verteidigen. Und damit bin ich durch, Freunde. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ja. So... Ich habe mich umgestellt. Da bist du nur das! Yuh! Diego Kosta! Den mach ich doch mal direkt weg, Leute. Ganz entspannt. Baut Rekost ist zwar der besten Verteidigung, wo sie spielt. So... Und mein Bronzekieper. Ja, ich habe mich umgestellt. Leute. Von daher würde ich sagen, passt das hier so. Lasst gerne noch ein Like da, lasst ein Abo da, Checkt den Nickers und unterhalb dem Eber. Und dann würde ich sagen, Wierschau und Reingau. Ciao, ciao. Tschüss. üüss. Bis zum nächsten Mal.